Wir sind heute unterwegs bei Univim, ... ... einer Veranstaltungsreihe, ... ... bei der Speaker junge Menschen inspirieren, ... ... und zwar Studenten, ... ... Studierende ... ... und ... ... ja, ich war ja selber früher auch Student, ... ... habe ja meinen Bachelor gemacht, ... ... übrigens ein Einsatzschnitt, ... ... ja, ... ... im BWL ... ... und ja, wir haben gleich unseren Vortrag, ... ... ich habe den Adrian und den Daniel mit dabei ... ... und unsere Kameras ... ... und wir haben hier diese sensationelle ... ... Zeitkamera, die ich euch einfach mal präsentieren möchte. Ich mache das Video nur, ... ... damit ihr alle wisst, dass wir, ... ... was hat die gekostet? Dass wir 20.000 Euro investiert haben in diese Kamera, ... ... damit man auch wirklich jede Pore meines Gesichts sehen kann. Also, wofür braucht ein Mensch eine 20.000 Euro Kamera? Ganz einfach, ... ... die braucht man dafür, um halt Werbekampagnen zu drehen ... ... und das machen wir auch damit ... ... und da sind wir gerade Material am sammeln ... ... und da passt das natürlich auch hier so ein Vortrag. ... zu filmen. Es gibt Kameras für weniger Geld, ... ... ich meine, das ist eine günstigere, ... ... also die wird jetzt keine 20.000 Euro kosten, oder? 2.000? Die tut es eigentlich im Prinzip auch, ... ... aber ... ... so ist es halt. Es gibt immer in jedem Markt, ... ... egal was du anbietest, ... ... immer eine teurere Variante von dem, ... ... was du haben könntest. Also du kannst einfach diese Variante haben, ... ... für zwei, oder du kannst auch die hier, die ... ... deutlich teurer ist, nehmen. Aber machen im Prinzip beide fast dasselbe, ... ... ähnliches Ergebnis, nur einen kleinen Unterschied, ... ... aber das ist auch genau das beim, ... ... wie es im High-Ticket halt ist, ja? Also im Hochpreissegment. Es gibt Premium-Kunden, die haben ein Problem, ... ... und die wollen eine perfekte Lösung haben, so. Ich bin jetzt in dem Fall ein Premium-Kunde, ... ... was Kameras angeht, und möchte wirklich auch, ... ... das in so einer Qualität haben, ... ... dass ich das auch auf einer Kino-Leinwand ... ... packen könnte, ... ... und dass man da wirklich jedes Detail sehen kann. Also kaufe ich die, ... ... und dann gibt es halt die Variante, wo du sagst, ... ... okay, ich brauche keine Kino-Leinwand, ... ... aber du musst dir überlegen, ... ... ja, du hast eine Dienstleistung, ... ... du hast ein Angebot, ... ... und ... ... wer in deinem Markt nimmt mehr Geld als du? Gibt es irgendjemanden, der mehr Geld nimmt, ... ... für deine Dienstleistung, ... ... für dein Angebot als du selbst? Und warum? Warum sollte man das tun? Ja, du kannst immer sagen, ja warte, aber ... ... der Markt, die Leute, ... ... es gibt ja einen günstigeren Anbieter, ... ... es gibt super viele günstigere Anbieter als uns, ... ... aber trotzdem kaufen alle bei uns, ja? Wir haben die meistverkaufsten ... ... Coaching-Programme ... ... und wir haben auch die meisten Testimonials ... ... und Kundenrezensionen ... ... im gesamten Coaching-Markt ... ... in Deutschland, im Dachraum, ... ... weil ... ... die Leute bei uns kaufen, ... ... aber warum kaufen sie bei uns? Weil, was ist der Unterschied zwischen ... ... unseren Programmen ... ... und dem ... ... normalen Programm von jemand anderem? Ja, es ist einfach, ... ... dadurch, dass du mehr Geld bezahlst, ... ... erhältst du einfach einen extrem ... ... krassen Service, ... ... eine extrem geile Dienstleistung ... ... und selbst bei den ... ... und dadurch, dass wir halt sehr, sehr viele ... ... Kunden haben und sehr, sehr viel ... ... Umsatz auch machen selber ... ... und auch natürlich sehr, sehr viel gewinnen. Ja, aber den ganzen Umsatz, ... ... wir haben immer gewinnen, ... ... bla bla, gewinnen ist immer hoch genug, ... ... macht euch keine Sorgen um uns, ... ... ja? Dadurch können wir Dienstleistende, ... ... selbst unsere kleinsten Coaching-Programme ... ... immer noch ... ... qualitativ ... ... und servicemäßig besser sind ... ... als fast alle anderen da draußen. Ich meine, in jedem unserer Programme, ... ... in jedem, ... ... hast du Minimum, ... ... Minimum sechs ... ... Mal die Woche einen Live-Call. Und der Live-Call, der findet nicht irgendwie ... ... statt ... ... auf der Wohnzimmer-Couch, ... ... sondern wir haben ein Studio extra gebaut ... ... für die Live-Calls. In diesem Studio gibt es sogar ein Whiteboard, ... ... das heißt, man kann an diesem Whiteboard ... ... was draufschreiben. Ja, vielleicht blenden wir mal irgendwie so ... ... kurz was ein, wie das aussieht ... ... so ein Live-Call. Und ... ... unsere Mitarbeiter, die das ... ... dir beibringen, ... ... wie du zum Beispiel besser verkaufst, ... ... sind in unserem eigenen Unternehmen ... ... selber ... ... tagtäglich am Verkaufen, also ... ... praxisnaheren Input kannst du gar nicht kriegen. Da hast du nicht irgendwie jemanden, der sagt, ... ... mach mal so, aber selber seit ... ... ja, du musst so und so verkaufen, ... ... aber selbst seit ... ... was weiß ich ... ... zwei Jahren ... ... kein eigenes Verkaufsgespräch mehr geführt, ... ... sondern das machen die Experten, ... ... die das Ganze selber machen ... ... auch ... ... und sie bringen dir bei, wie das Ganze geht. Ja, das ist das, wo du ... ... sag ich mal ... ... mehr investierst ... ... und du kannst dich selbst ... ... auch als der Premium-Anbieter ... ... in deinem Markt ... ... implementieren, beziehungsweise ... ... positionieren, ... ... diesen Kundenstamm aufbauen ... ... und die nächsten Jahre und Jahrzehnte ... ... im Prinzip dir einen Namen machen, ... ... in dem du für ein Thema stehst ... ... oder sogar es schaffen, ... ... wie wir das gemacht haben, ... ... nicht nur so einen Namen zu machen, ... ... sondern auch eine Firma aufzubauen, ... ... die auch floriert, ... ... ohne dass du selber arbeiten musst, ... ... ohne dass du selber jeden Tag ins Office gehen musst, ... ... ohne dass du ständig ... ...artig um alles kümmern musst, ... ... sondern ... ... indem wir einfach ... ... ja ... ... Mitarbeiter hast, ... ... die das für dich umsetzen ... ... und für dich machen. Wie das Ganze geht, ... ... erfährst du, wenn du auf ... ... www.andreasbaulig.de gehst, ... ... dich dort einträgst ... ... für ein kostenloses Erstgespräch ... ... und was wir machen werden ist, ... ... wir werden uns anschauen, ... ... wo du gerade stehst in deinem Business, ... ... was du gerade für Probleme hast ... ... in deinem Geschäft ... ... und wie du vor allen Dingen ... ... dein Geschäft so umstrukturieren kannst, ... ... dass du mehr Verkäufe machst, ... ... mehr Zeit hast ... ... und ... ... auch für deine Kunden bessere Ergebnisse erzielst ... ... und auch für dich selbst ... ... also mehr Geld daraus holst ... ... und mehr Geld verdienst. Am Ende des Tages bist du doch Unternehmer geworden, ... ... um auch finanziell davon zu profitieren. Klar, du kannst selber entscheiden, ... ... was du machst, wann du arbeitest, ... ... aber am Ende des Tages musst du arbeiten, ... ... weil du nicht genug Geld machst, ... ... um nicht arbeiten zu müssen. Und das kannst du ändern. Du kannst es schaffen, ... ... innerhalb von einem kurzen Augenblick, ... ... in einem kleinen Augenblick, ... ... dich von einem normalen Anbieter ... ... zu einem wirklichen Premium-Anbieter ... ... umzuformen, ... ... mehr Kunden anzuziehen. Wie das Ganze geht, ... ... einfach auf www.andreasbaulig.de, ... ... auf die Webseite gehen, ... ... dich dort melden ... ... für einen Termin, ... ... für ein kostenloses Erstgespräch ... ... und wir schauen uns an, ... ... wie das bei dir aussehen könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Mein Name ist Nishan Didi, ... ... und ich helfe Fitness- und EMS-Studios ... ... in der Neukundengewinnung. Meine Ausgangssituation am Anfang war, ... ... dass ich eine Fähigkeit hatte, ... ... ich wusste, wie ich meiner Zielgruppe ... ... helfen konnte, ... ... doch ich hatte einfach nicht die Erfahrung, ... ... wie ich Kunden gewinne für mich selbst, ... ... für meine Dienstleistung ... ... und ich habe eigentlich durch das Coaching ... ... wirklich mir eine komplette Selbstständigkeit ... ... aufbauen können. Ich war davor noch nicht selbstständig, ... ... kann davon jetzt sehr gut leben ... ... und ja, ich bin ziemlich überzeugt ... ... von dem Coaching und recht begeistert. Meine Key-Learnings aus dem Coaching sind halt ... ... vor allem, dass man das Mindset ... ... on point bringen sollte ... ... und dass man halt einfach ... ... das tut, was getan werden muss. Mein bester Monatsumsatz bis jetzt ... ... war der letzte Monat, ... ... da hatte ich 20.000 Schweizer Franken Umsatz gemacht. Mein schönstes Erlebnis im Coaching ... ... ist tatsächlich einfach die Grundlage, ... ... dass ich weiss, wie ich Kunden gewinne ... ... und dass ich wirklich selbstbewusst geworden bin ... ... und mein Angebot ... ... selbstbewusst präsentieren kann ... ... und weiss, dass es meiner Zielgruppe ... ... enormen Mehrwert bringt. Das Baulig-Coaching macht für mich vor allem aus, ... ... dass sie halt wirklich knallhart, ... ... ehrlich und direkt zu dir sind ... ... und dass es dich halt wirklich ... ... enorm weiterbringt. Ich hatte vorher schon viele Coachings gebucht, ... ... doch es hat mich halt wirklich nie, ... ... es hat mich einfach nie in die Umsetzung gebracht, ... ... so wie es hier der Fall ist. Mein Leben hat sich komplett durch das Coaching ... ... der Bauligs verändert. Nicht nur im Mindset, ... ... sondern auch wirklich im Geldverdienen, ... ... mit Selbstständigwerden, ... ... im Geschäftsaufbau. Ich weiss ganz klar, ... ... ich habe einen richtigen Leitfaden, ... ... was ich tun muss, ... ... welche Schritte als nächstes kommen ... ... und ich habe wirklich einen klaren Fahrplan ... ... und weiss auch, dass ich für längere Zeit ... ... mit dem Bauligs zusammenarbeiten will.